Hallo Leute und Willkommen hier bei LeoCraft zum ersten Special. Und zwar habe ich was festgestellt, dass wir mittlerweile schon ein paar Abonnenten haben. Und zwar sind das genau 10 Abonnenten. Und ich denke 10 ist nicht besonders viel, aber es ist ein guter Anfang. Zur Feier des Tages gibt es die Hochleistungsbraummaschine von mir zum Download. Den Link werde ich in die Videobeschreibung tun. Das ist dann hier das Buch. Hier könnt ihr euch mal durchlesen. Wichtig, nehmt mit der mittleren Maustaste raus. Steht ein bisschen was drinnen. Dann könnt ihr hier rein. Und das ist sie. Ein bisschen Technik. Ich habe es weitgehend offen gelassen, beziehungsweise überflüssige Blöcke rausgehauen. Das leckt noch ein bisschen. Ja, jetzt ist es vollständig geladen. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt, solange ihr es nicht kommerziell macht. Aber ich denke, das will eh keiner machen. Und natürlich bitte ich euch. Gebt auf jeden Fall meinen Namen an, denn es war schon etwas Arbeit, das zu bauen. Und sämtliche Fehler auszubessern, die beim Bau entstanden sind. Und das denke ich, ist nur fair, wenn man meinen Namen angibt. Wenn ihr das dazu schreibt, irgendwo Videotitel, Videobeschreibung, ganz egal. Könnt ihr es reviewen, weiterbauen, verbessern. Falls euch Fehler finden, könnt ihr das selbstverständlich mir auch sagen. Schreibt es einfach in die Kommentare, falls ihr was findet. Entweder von dem Video, von den Baufolgen oder von der Vorstellung. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Ich werde die Baufolgen machen, bzw. das Ganze nochmal nachbauen und euch zeigen. Allerdings kann ich euch nicht versprechen, wann das kommt, bzw. dass das jetzt wirklich die nächsten Tage anfängt. Ich habe ja schließlich auch noch was anderes zu tun, außer hier Minecraft Videos zu machen. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich für euer Interesse. Und würde sagen, macht's gut, bis bald. Und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.